Ja, natürlich, das ist die nächste Stabbestimmung, für uns sehr, sehr wichtig, vielleicht sogar ein Vorteil, zu Beginn einer Meisterrunde, weil wir gleich am Dienstag wieder da anknüpfen können, wo wir heute aufgehört haben und es ist ein Spiel mehr, in dem man Mechanismen, Automatismen einschleifen kann und selbstverständlich ist das vielleicht dann die Belohnung, auch die nächste Runde zu erreichen und dementsprechend nehmen wir Flora Tablin sehr, sehr ernst.